Musik 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 5. 1. 4. 5. 7. 10. 11. Vielen Dank. Untertitelung. BR 2018 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 31, ja das war die Spitze und der Glöckner Thomas Schneide. So wie es uns gewünscht hat, eine 4er-Gruppe von der Weltkrieg, ganz kurz und ganz kurz. Und jetzt kommt der Glöckner Thomas Schneider. Und jetzt kommt der Glöckner Thomas Schneider. Und jetzt kommt der Glöckner Thomas Schneider. Mit die 33, ja das ist eine tolle Arme für 30. Das ist die F quiser. Und die Kälte nach 3 Wochen durch die Offenblatt. Jetzt kommt der Glöckner Fay. Und jetzt kommt der Glöckner Thomas Schneider. Eben auf Platz 3, die Stadtnelle, Mitte 31, das war zwar in Schomburg, vom RV, RSV die Liedelweimar in Baslin. Der 2. Platz erkämpft sich in der Paraben 28, Tim Hölken vom RSV Blau-Weiß-Weinengen. Auf dem Siegerpodest fehlt noch der Sieger, nämlich ertrug die Startnummer 14, Marco Brenner vom Team Autohäler Bayern. Über eine überzeugte Leistung für den jungen und begabten Bayern mit vielm Talent, nicht nur für den Sport, sondern auch für die Sprache. Marco Brenner, heute Sieger in der Zeit von 1 Stunde 24 Minuten pro Sekunde. Herzlichen Glückwunsch dem Seriensieger des Jahres 2018. Er ist auch mit einem tollen Start im Jahr 2019. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.